Ayahuasca, der psychoaktive, visionäre und brechenerregende Zaubertrank vom Amazonas, steht im Zentrum des Schamanismus vieler dort ansässiger Indianerstämme. Bei den Siona und Sequoia, die im äquadorianischen Amazonas-Tiefland leben, heißt der Schamane Yage Unkuki, der Ayahuasca-Trinker. Der Schamane der benachbarten Kashinahua wird Moka-Ya genannt, einer der Ayahuasca hat. Der Schamane, der im peruanischen Amazonas-Tiefland heimischen Chipibo-Indianer, wird als Nishishiamis, Ayahuasca-Trinker, bezeichnet. Daraus hat sich im lokalen Spanisch das Wort Ayahuasquero, heute meist als Ayahuasca-Schamane übersetzt, entwickelt. Ein Mensch wird zum Schamanen, wenn er von den Pflanzengeistern dazu berufen wird, entweder im Traum oder in eine Ayahuasca-Vision. Obwohl in der Gegend um die peruanische Dschungelstadt Pucalpa fast jeder Mensch, ganz gleich ob Indianer oder Mestize, Ayahuasca-Erfahrungen gemacht hat, werden doch nur wenige Ayahuasca-Trinker zu Schamanen. Der Schamane bezieht seine schamanische Heilkraft von seinem Wissen, das er durch seinen häufigen, mitunter täglichen Ayahuasca-Genuss erhält. Manche Ayahuasqueros verfügen über eine geradezu unglaubliche Erfahrung. In Pucalpa gibt es eine Reihe von sehr angesehenen Mestizen-Ayahuasqueros, die Ayahuasca-Therapien auf einem synkretistischen Hintergrund ausüben. Auch die peruanischen Mestizo-Ayahuasqueros achten die Ayahuasca-Pflanzen als Lehrmeister ihrer Heilkunst. Besonders eindrucksvoll sind die Darstellungen solcher Meisterpflanzen in den Malereien des ehemaligen Ayahuasqueros Pablo Amaringo. Seine visionären Bilder zeigen die ganze Ayahuasca-Mythologie, auch die synkretistischen Elemente, die Regenwald-Pharmakopö und die andere Wirklichkeit des schamanischen Universums. Der Ayahuasca-Trank ist eine einzigartige pharmakologische Kombination aus der Hamalin-haltigen Ayahuasca-Liane Banisteriopsis-Kaapi und den DMT-haltigen Chacruna-Blättern Psychotria viritris. Hamalin ist ein Mao-Hemmer. Es hemmt die Ausschüttung des körpereigenen Enzyms Monoaminooxidase, kurz Mao. Die Mao baut normalerweise den visionärpsychedelischen Wirkstoff DMT, also NN-Dimethyltryptamin, ab, noch bevor er über die Bluthirnschranke in das zentrale Nervensystem eindringen kann. Nur durch diese Kombination von Wirkstoffen kann der Trank seine bewusstseinserweiternde Wirkung ausüben und Visionen auslösen. Der Ayahuasca-Schamanismus wird bis heute von den Chipibo-Indianern gepflegt und als kostbares gehütet. Die Chipibo-Conibo siedeln im peruanischen Ucayali-Gebiet. Das friedliche Volk umfasst etwa 28.000 Menschen. Sie leben vom Fischen, Jagen, Sammeln und vom Feldbau. Sie kultivieren Maniok, Mais, Bananen und verschiedene Knollengewächse. Die Männer ziehen auf die Jagd in die unendlichen Weiten des Amazonas-Regenwaldes oder fischen von ihren wendigen Einbäumen. Kunsthandwerk wie Töpfern, Weben und Stoffe mit Mustern versehen ist reine Frauensache. Siehe dazu den Artikel von Nananauwald ab Seite 28 hier im Lucisrausch Nummer 3. Die Chipibo sind echte Ayahuasca-Menschen. Als ich Alberto, einen älteren Schamanen in dem Ort San Francisco an der Laguna Yarina-Cocha nach der Religion der Chipibo fragte, sah er mich mit erstauntem Lächeln an und antwortete, Religion? Wir haben keine Religion. Wir trinken Ayahuasca. Das heißt, die Chipibo verzichten auf Priester, die Gottes Wort verkünden und teuer verkaufen. Stattdessen trinken sie ihren heiligen Trank und erfahren die Göttlichkeit des Waldes, des Wassers, der Sterne, der Pflanzen, Tiere und Menschen. Das Trinken von Ayahuasca stellt die eigentliche Therapie dar. Wenn man Ayahuasca trinkt, wird man direkt ins Herz der Dinge geführt und vom Geist des Waldes empfangen. Von ihm erhält man Wissen, Gesundheit und Liebe. Ayahuasca hat zum einen eine extrem starke psychoaktive Wirkung auf den Geist bzw. das Bewusstsein, welche sich in fantastischen Visionen und magischen Reisen in andere Welten ausdrückt. Andererseits wird der Körper durch den bitteren, adstringierenden Trank derart in Aufruhr versetzt, dass sich die Organe durch heftiges Erbrechen und plötzliche Durchfälle von allen Krankheitskeimen befreien. Ayahuasca ist kein Hausmittel, es ist das mächtigste Instrument im traditionellen Schamanismus der Amazonas-Indianer. Ayahuasca ist keine sanfte Medizin. Ayahuasca ist drastisch und extrem. Knallharte Pharmakologie. Für die Chipibo-Schamanen ist Ayahuasca oder Mokka, jene bittere Brühe, untrennbar mit dem Regenwald verbunden. Der Trank gilt als Essenz des Waldes. Durch die Kraft der Ayahuasca sieht der Schamane die Geistwesen oder Pflanzenmütter, die in den Pflanzen und Tieren des Waldes gegenwärtig sind. Mit ihnen kommuniziert er, von ihnen erhält er das Wissen um ihr innerstes Wesen. Er lernt so die Bedeutung jedes einzelnen Tieres, jeder einzelnen Pflanze, versteht, warum jede Art ihren notwendigen Platz im Kreis der Lebendigen hat. Von den Baumgeistern kann man auch Gesänge empfangen oder erlernen. Es gehört zu den kulturell geförderten Zielen, dass man als Individuum bei einer Ayahuasca-Zeremonie einen eigenen, ganz persönlichen Gesang empfängt, der einem bei späteren Ritualen Kraft verleiht und die Zentriertheit fördert, sowie Divisionen strukturiert und deutlicher erscheinen lässt. Die Chipibo-Schamanen verlassen sich vollständig auf ihren Ayahuasca-Trank. Er hat sich über undenkliche Zeiten bewährt. Noch niemals ist irgendjemandem ein echtes Leid durch seinen Genuss widerfahren. Ayahuasca ist der eigentliche Heiler. Der Schamane bietet lediglich seine Hilfestellung an. Der Schamane strukturiert das nächtliche Ritual. Vollmondnächte gelten als besonders stark. Er inszeniert die kollektive Reise in die andere Welt. Die Teilnehmer bilden einen Kreis, meist im Freien oder auf einem Rasen oder einer Lichtung, manchmal unter einem Dach, seltener in einem Haus. Der Schamane teilt jedem Teilnehmer eine angemessene Dosis zu, nachdem er den Trank mit Gebeten und Tabakrauch geweiht hat. Er trinkt selbst Ayahuasca und bietet auch seinen Gehilfen und Sängern ordentliche Portionen an. Die Schamanen müssen Ayahuasca zu sich nehmen, um wirklich sehen zu können, was mit den Teilnehmern bzw. Patienten los ist. Wenn alle ihre Dosis eingenommen haben, geht der Schamane oder der Sänger mit einer Tabakspfeife, gestopft mit dem einheimischen nikotinreichen Mapacho-Tabak, im Kreis herum und bläst jedem Teilnehmer eine Rauchwolke auf den Kopf. Dadurch soll die Trennung zwischen den Welten durchlässig gemacht und der Teilnehmer von negativen Energien befreit werden. Ayahuasca übt zunehmend eine starke Faszination aus. Menschen verschiedenster Herkunft, Profession und Weltanschauung können vom Zaubertrank der peruanischen Schamanen profitieren. Nun zitierend Augustin Rivas aus Meisterpflanze Ayahuasca. In Peru gibt es viele Intellektuelle, die Ayahuasca angewendet haben, um sich künstlich inspirieren zu lassen, und im Ausland gibt es Psychiater und Chirurgen, die diese Pflanze anwenden, um den Erfolg ihrer Operationen zu sichern. Heute werden auf der ganzen Welt Forschungen durchgeführt, um mehr über dieses erstaunliche Halluzinogen, das man Ayahuasca nennt, zu erfahren. Dieser Text ist ein kompilierter Auszug aus dem Buch Ayahuasca, die Jaguar-Medizin vom Amazonas, erschienen im Nachtschatten Verlag 2016. Der Autor Christian Rätsch, geboren 1957, Ethnopharmakologe, Referent und Autor, studierte Altamerikanistik, Ethnologie und Volkskunde. Seit über 30 Jahren erforscht er weltweit schamanische Kulturen und deren Gebrauch psychoaktiver Pflanzen. Herausgeber des Jahrbuchs der Ethnomedizin und Autor zahlreicher in vielen Sprachen übersetzter Bücher, darunter die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, das Lexikon der Liebesmittel, Räucherstoffe und viele mehr. Kayuyali Zamani Kayuyali Zamani aus Kolumbien ist Ethnologe und ausgebildeter Yopo, Koka, Tabak und Ayahuasca-Schamane. Kayuyali, der Autor diverser Publikationen und internationaler Referent ist, erfuhr seine umfassenden schamanischen Initiationen beim Meistern der indigenen Ethnien der Kamenza, Kogi, Siona, Sikuani, Huitotos und Lakota. Er hat das Projekt Nabi, die Nunhue, Haus des Jaguars, ins Leben gerufen, das sich für den Erhalt traditionellen Wissens über ethnomedizinische Pflanzen und die schamanische Praxis einsetzt.